Hey Gary, oh klasse, ich hab dich noch mitten in der Bastelstunde erwischt. Ich hatte schon Angst, ich würde dich beim Essen oder beim Mittagsschläfchen stören. Ich bastel den Lärmschutz für meine Ohren, die Stadtwerke reißen die ganze Straße auf und es gibt tatsächlich noch was Nervigeres als deine Stimme. Oh, das war wirklich witzig, Gary, aber du weißt doch, ich bin die... Weshalb ich in dir auch in 90% der Fälle nur vorgespielt hab. Ich hab gar nicht gewusst, dass hier gebaut werden soll. Wie soll ich denn bei dem Lärm meine Hausaufgaben machen? Deshalb hab ich meine erst gar nicht mitgebracht. Tja, sie gehören dir, Gary. Oh, und dein Sohn Tom hat Hausarrest. Meine Güte, nur wegen der Feuerwerkskörper. Nein, nein, äh... Was? Was? Was denn? Er hat ein Schimpfwort benutzt. Tommy, was hab ich dir was Fluchen gesagt? Ich weiß. Schau erst, ob Eltern, Lehrer, Priester oder Copstar sind. Merk's dir. Und halt dich dran. Du musst es leben, Tommy. Äh, Moment, was hat er denn gesagt? Dasselbe, was ich an unserem ersten Date gesagt habe, als mein Hosenstall offen stand? Nein, Gary, es war dasselbe Wort, das mein Vater vor sich hin gemurmelt hat, als du sagtest, ja, ich will. Ich sorg dafür, dass er hier bleibt, okay. Danke. Oh, oh, Gary, du wirst stolz sein zu hören, dass Luis dieses Wochenende zu Jenny Stevens Rollschuhparty eingeladen wurde. Ja, Luis, endlich, ja! Jetzt gehörst du zu den beliebten Mädchen. Das ist toll. Gary, warte, du hast mich nicht ausreden lassen. Luis hat die Einladung ausgeschlagen. Sie, sie hat's nicht nötig, sich bei diesen Mädchen anzubiedern. Ich hab eine unabhängige junge Dame großgezogen, die eigene Entscheidung trifft. Dann bis später, Liebling. Ja. Du meintest bestimmt, wir haben erzogen. Unsere Tochter ist unabhängig, richtig? Ja, du hast recht. Ich meine schließlich warst du es, der vergessen hat, Luis in der Bücherei abzuholen, als sie gerade acht war. So hat sie gelernt, sich allein im Straßenverkehr zurechtzufinden. Bis bald, Mom. Mach's gut. Ich werd auf diese Party gehen. Du hast doch gesagt, du willst nicht hingehen. Nein, Mom hat gesagt, ich will nicht. Bei dir macht sie das auch? Ich will hingehen, aber kannst ihr nicht sagen. Sie ist so stolz, dass ich mich nicht willfährig dem Druck der Bezugsgruppe beuge. Aber dies eine Mal will ich willfährig sein. Können wir's ihr nicht verschweigen? Keine Ahnung, was willfährig heißt, also geht das sicher in Ordnung. Aber was das Verschweigen angeht, deine Mutter und ich haben bei der Scheidung vereinbart, dass wir uns immer alles erzählen. Tut mir leid, Luis. Oh bitte, Daddy, das ist meine Chance, endlich mal dazuzugehören. Mom versteht das einfach nicht. Darf denn eine Tochter kein Geheimnis mit ihrem Dad haben? Du weißt, ich kann nicht Nein sagen, wenn du mich so ansiehst. Deshalb hab ich dir damals auch den Hamster gekauft, dir das schwöre ich bei allem, was mir lieb ist. Von ganz allein in den Staubsauger gelaufen ist. Oh ja, danke, Daddy. Gern geschehen, meine Süße. Oh, und ich brauch noch eine hautenge Jeans, einen Tech-Top und ein paar coole Schuhe. Klar kriegst du, kriegst du alles. Es gibt ein paar Worte, Tom, bei denen ich echt machtlos bin. Daddy und, äh, all-you-can-eat-Buffet. Also, ein paar Kumpels von mir wollen heute ins Kino gehen. Darf ich vielleicht auch gehen? Daddy? Ist das dein Ernst? All-you-can-eat-Buffet. Luis sagte, sie braucht hautenge Jeans, aber auf der Seite sehen für mich alle Jeans hauteng aus. Gibt's denn keine Jeans für Dicke? Na, dann google mal. Oh, nein! Komm schon, ehrlich. Das gehört doch verboten, oder? Okay, trotzdem, Mann. Speicher das ab für mich. Und dann später noch einen Blick drauf. Ich hab mich da völlig übernommen, Curtis. Ich bin im Mami-Territorium. Jeans für kleine Mädchen, Partys für hippe Mädchen. Naja, weißt du, wer dir vielleicht helfen könnte? Frag doch einfach mal Sascha. Sascha ist doch keine Mom. Aber sie hat alles, was Momis brauchen. Nur bei ihr ist es noch ein bisschen fester als bei Alison. Du redest da über meine Ex-Frau, Mann. Na, tut mir leid. Und es gefällt mir. Okay, wieso fragst du nicht Sascha, ob sie dir hilft? Ich weiß nicht. Seit Thanksgiving kennt sie all meine Altlasten und meine verrückte Familie und werden uns fast geküsst seitdem. Ist alles komisch. Oh Mann, die Spinnen, die Weißen. Ihr macht immer alles so kompliziert. Hör zu, du brauchst eine Frau, die dir beim Klamottenkaufen hilft und da steht eine keine drei Meter entfernt. Ich bitte sie einfach um Hilfe und versuche diesmal dem Drang zu widerstehen, sie zu verschlingen, als wäre sie ein Sparmenü von einer Burgerbude. Sparmenü. Die Spinnen, die Schwarzen. Na ja, nicht cool. Aber es gefällt mir. Oh Mann! Hey Sascha. Hey, Ger. Was geht's? Ich stecke da gerade so ein bisschen in Schwierigkeiten. Ich habe ein Problem und wenn Sie gerade ein bisschen Zeit... Okay, ich weiß schon, worauf das hinausläuft und ich helfe Leuten weder beim Hundeausführen, Umziehen oder beim Einführen von Dingen an Stellen, an die sie nicht selbst kommen. Nein, nein, meine Tochter, sie wurde auf so eine coole Party eingeladen und braucht jetzt coole Klamotten. Helfen Sie mir beim Shoppen. Würden Sie das für mich tun? Soll das ein Witz sein? Sie fragen mich, ob ich mit Ihnen shoppen will? Ja. Die Antwort lautet ja. Es gibt da einen richtig tollen Laden auf der Third Street, der heißt Diva Station. Treffen wir uns da um drei? Ja, ich dachte nur nach Thanksgiving. Oh Gary, bitte, machen Sie sich deswegen keine Gedanken. Thanksgiving ist so ein verrückter Feiertag. Da gibt's Marshmallows auf Kartoffeln, man steckt die Hand in den Hintern eines Truthahns. Wirklich, es ist alles gut. Wir gehen doch nur shoppen. Okay, dann treffen wir uns um drei. Perfekt. Sind Sie auch gerade so heiß wie ich? Wie bitte? War ein Versuch wert. Sorry, dann bis dran. Was hältst du hier von? Hattest du das nicht gerade eben an? Nein, Dad. Ich hatte das hier an. Ehrlich gesagt sehe ich da keinen Unterschied, Louise. Die Outfits sehen sich viel zu ähnlich. Das ist wie bei diesen Finden Sie den Fehlerbilder-Rätseln. Wäre an einem Outfit ein Schnurrbart dran, dann würde es mir leichter fallen. Okay, ich probiere noch was anderes an. Okay, gut. Was immer du willst. Ah. Uh. Oh. Bekomme ich jetzt Ärger? Ja, das lasse ich noch durchgehen. Aber nächstes Mal drehe ich Ava Levine auf. Okay. Tja dann, danke für die Warnung. Ich beobachte Sie und Ihre Tochter schon eine Weile und Sie sind ja sowas von süß. Oh, Sie meinen die Art, wie sie mit mir redet, als wäre ich ein Idiot? Tja, dagegen ist man machtlos. Und gibt's da auch noch eine Mrs.? Süßer Typ, der mit seiner Tochter shoppen geht? Nein, aber es gibt da eine Chefin, die jeden Moment durch die Tür kommt und bei der ich mir Chancen ausrechne. Tja, so ein Pech. Denn bei uns gibt es gerade alleinstehende Verkäuferinnen im Sonderangebot, die mit Ihnen nebenan hinter der Brezelbude rummachen würden. Wie, 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 vielleicht könnte ich ja einen Gutschein bekommen. Ähm, okay, es gab so eine Jeans weder bei Diesel noch bei Justice, aber es gibt da im Beverly Center noch einen tollen Laden. Waren Sie denn erfolgreich? Nein, sie hatte schon alles zweimal an und ich hab alle Zeitschriften gelesen, die hier rumlagen. Die Kids aus Highschool Musical haben gerade eine ganz tolle Zeit auf Hawaii. Und, äh, dem Test zufolge bin ich eine Niete im Fladen. Versuchen Sie's damit, meine Nichte, fand die super. Okay, meine Tochter hat die allerdings schon vor circa fünf Minuten anprobiert. Wo hast du das denn gefunden? Total süß! Was finden Sie nur am Shoppen? Das ist das Langweiligste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Okay, dann will ich Sie mal was fragen. Was war die längste Zeitspanne, die Sie jemals im Baumarkt verbracht haben? Im Baumarkt? Mein Weltrekord liegt bei vier Stunden und 22 Minuten. Da gab's reduzierte Kreissägen. Oh, Entschuldigung, ist der langweilig. Was? Wie kann Sie das langweilen? Ich rede über Werkzeuge. Werkzeuge sind super. Genau wie das Gefühl, das man hat, wenn man das perfekte Outfit gefunden hat. Und man weiß, dass wenn die Person, für die man es gekauft hat, das Zimmer betrittlich ansieht und nur noch Wow sagt. Wow. Also, was sagt ihr? Ach, Süße, ich weiß nicht. Ich bin ein schlechter Ratgeber, weil ich alles an dir toll finde. Sascha, was sagen Sie? Also, ich finde es sehr gut. Jetzt noch ein passendes Stirnband und du siehst perfekt aus. Kriege ich das? Ja, klar, kannst du es haben, was immer du willst. Okay, danke, danke. Ich werde es gleich anlassen. Danke für die Hilfestellung. Sie haben mir das Leben gerettet. Kein Problem. Es hat echt Spaß gemacht. Bist du soweit? Wir sind noch nicht fertig. Ich brauche doch noch Schuhe. Wer braucht denn Schuhe, wir... Okay, wir brauchen Schuhe. Können Sie mir auch dabei helfen? Ich kenne den perfekten Laden. Sie bezahlen schon mal die Sachen und dann fahren wir gleich hin. Sie retten mir das Leben und ich werde mich revanchieren. Wenn Sie mal einen Hammer brauchen, dann bin ich Ihr Mann. Nichts ist so sexy wie ein Daddy, der sich um seine Tochter sorgt. Das ist scharf, oder? Mir ist heute schon den ganzen Tag so heiß. Ich dachte, es wäre das chinesische Essen. Hey, wenn Sie nicht gekommen wären, hätte ich Ihnen jetzt auf einem Haufen warmer Brezeln vernascht. Äh, was? Oh, und wie ich dich fertig mache! Das ist nicht fair. Du hast trainiert, als ich in der Schule war. Tja, man muss seine Chancen nutzen, Tom. Okay, ich werde in ein paar Minuten abgeholt. Wie sehe ich aus? Ah, du siehst bezaubernd aus. Dad, das ist echt wichtig. Ich brauche eine ehrliche Meinung. Tom, wie sehe ich aus? Äh, wie alle anderen Mädchen in der Schule. Ehrlich? Danke. Oh, ich glaube, da kommt der Spaßbremsenbus eurer Mutter vorgefahren. Du musst hier verschwinden, so schicken du bist. Okay, du gehst nach oben und ich halte deine Mutter auf. Irgendwie, vielleicht muss ich zum Zungenkuss greifen. Dann bitte ich dich, die Augen zu schließen, klar? Wann werden die denn endlich mal fertig? Da hält einer ein Schild hoch. Achtung, Baustelle! Denkt ihr, ich bin blöd? Warte, wieso spielt Tom Videospiele? Hausarrest bedeutet auch keine Videospiele. Tom! Ja, okay, ich wusste es, aber der hat nicht und der braucht doch einen Spielpartner. Alles klar, na gut, ich wollte Luis nur ihr Geometriebuch für ihr Lerntreffen bringen, okay? Gut, ich sage ihr, dass du es vorbeigebracht hast. Wo, wo ist sie denn? Ich möchte mich noch kurz verabschieden. Sie schläft, Alison. Sie hat drei Stunden lang Leichungen gelöst und dann ist ihr mit ihrem riesigen Hirn gefüllter Kopf einfach zur Seite geklappt und sie ist eingeschlafen. Weißt du, du benimmst dich irgendwie merkwürdig. Ich, äh, guck weg! Oh mein Gott, Gary! Na, das war ja widerlich! Das war, als hätte ich eine warme Ausdarmung gehabt. Ist das vorbein? Ja. Okay, weiter geht's. Na, das war doch eine tolle Sendung. Wir haben festgestellt, dass Pferderennen genau wie Autorennen sind. Ohne qualmende Räder, dafür mit dampfenden Häufchen. Ich bin Gary Brooks und das war der Punktestand. Alter, das ist nicht cool. Wir haben fünf Minuten überzogen und du weißt, dass ich freitags pünktlich um sechs gehe. Woher sollte ich das wissen? Hast du mich hier freitags schon mal um Viertel nach sechs gesehen? Nein. Weil ich nämlich am Freitag immer um sechs gehe, bis auf heute, wo ich verweiß, wann gehen werde, weil ich mit dir darüber rede, was ich eigentlich tun will. Nämlich gehen, verstehst du mein Dilemma? Hey, Curtis, warum vertiefen wir die Diskussion nicht? Bei einem Bier. T-G-I-F. Trink Guinness, es ist Freitag. Haha, hab ich mir gerade ausgedacht. Komm schon, Mann. Tut mir leid, aber ich kann nicht jetzt das Curtis-Time. Ich denk mir so einen coolen Spruch aus und du lässt mich abblitzen. Wohin verschwindest du denn freitags immer? Das darf ich leider nicht sagen. Die erste Regel der Curtis-Time lautet, rede niemals über Curtis-Time. Hey, tolle Sendung heute, Gary. Hey, danke, Sasch. Und? Hat sich der ganze Shopping-Krubel gelohnt? Ja, das war das Gold wert. Genau genommen 264 Dollar und 15 Cent. Ich muss schon sagen, ich hatte wirklich viel Spaß mit Ihnen und Ihrer Tochter heute. Also sagen Sie Bescheid, falls Sie das irgendwann nochmal machen wollen. Ja, vielleicht könnten wir ja... Ach, mein Kalender ist schon ziemlich... Ich meine, der nächste freie Termin wäre jetzt gleich. Wollen wir ausgehen? Ähm, gut. Ja, gern. Okay, also ein Date. Äh, nennen wir es doch, was trinken geht. Okay, von mir aus können wir es auch Fernando nennen. Nichts wie raus hier. Oh, das ist mein Telefon. Gehen Sie... Gehen Sie sich doch schon mal für Fernando fertig machen. Okay. Das ist meine Tochter, Louise. Hi, Schatz. Amisierst du dich gut? Dad, diese Mädchen sind so gemein. Die machen sich über mich lustig. Ich will nach Hause. Kommst du mich abholen, Dad? Äh, vielleicht könntest du es noch ein bisschen durchhalten, falls das möglich ist. Ich ruf einfach Mom an. Nein, 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 nein. Nicht Mom anrufen. Du willst dich nicht vom Fleck. Ich komm mich sofort abholen. Daddy wird dich retten, mein Schatz. Und du bleibst ganz ruhig und kein Wort zu Mom. Ich komme. Ich hab dich lieb. Wollen wir? Hey, ähm, haben Sie schon von dieser richtig coolen Martini-Bar gehört auf dem Ventura Boulevard? Ja, von der hab ich gerade im LA-Magazin gelesen. Die coolste Bar der Stadt. Allerdings. Wollen wir zur Rollschuhbahn gehen gleich nebenan? Ich muss meine Tochter abholen. Kommen Sie mit? Oh, ja, na klar. Okay, das wird lustig. Wir, äh, wir werden überall Blauflecken haben, aber nicht aus dem Grund, aus dem ich gehofft habe. Okay, das wird nicht lange dauern. Ich werde jetzt, äh, ich schnapp mir Louise, wir nehmen sie mit, bringen sie nach Hause und dann gehen wir beide was trinken, in Ordnung? Okay. Dad, äh, was, was machst du denn hier? Das ist ja total peinlich für mich. Du hast mich angerufen und gesagt, ich soll dich abholen. Ich denke, alle machen sich über dich lustig. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Wie, und jetzt soll ich wieder gehen? Ja, ich will doch nicht das einzige Mädchen auf der Party sein, deren Dad hier ist. Wir gehen jetzt zu den Spielautomaten, also folg uns nicht. Was zum Teufel war das? Ein zwölfjähriges Mädchen. Ist mir schon klar, was das war? Was ich meinte war, was zum Teufel war das? Sie ändern Ihre Meinung, Gary. In einem Moment beben Sie Blumen und Einhörner und im Nächsten fressen Sie sich die Brustwarzen und gewinnen einen Wet-T-Shirt-Contest. Drei Jahre in Folge. In Cancun. Wow. Eigentlich eine scharfe Vorstellung, aber da ich nun mal Ihr Vater bin, ist es das Verstörendste, das ich mir vorstellen kann. Abgesehen davon. Gary! Kurtis, was zum Teufel machst du hier? Ganz richtig, so ist es. So verbringe ich Kurtis-Time. Ich lasse die Puppen tanzen. So hast du mir denn nie erzählt, dass du freitags auf der Rollstuhlbahn ordentlich die Puppen tanzen lässt? Dann hätte ich dir doch meinen Satin-Blouson mit der passenden Schlaghose geliehen. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich muss noch ein paar Moves üben, bevor die Pärchenrunde anfängt. Puh. Oh. Tja, also dann gehen wir jetzt? Nein, ich kann nicht. Was, wenn sie wieder ihre Meinung ändert? Ich meine, zuerst, da soll ich ihr noch helfen und dann plötzlich doch wieder nicht. Die Party ist sowieso in einer halben Stunde vorbei. Wir bleiben hier und dann fahre ich Louise nach Hause. Es tut mir leid für den verbockten Abend, wirklich. Nein, soll das ein Witz sein? Die Tatsache, dass sie sich so um sie kümmern, hat sie gerade um 50 Punkte in meiner Achtung steigen lassen. Wow, 50 Punkte. Also, wenn Sie noch etwas Gesellschaft möchten, dann bleibe ich wirklich gern. Welche Größe haben Sie? Also, bislang hat sich noch keine beschwert. Ich meinte eher Ihre Füße. Wenn wir schon bleiben, dann können wir auch Rollschuh laufen. Oh, klar. Ich habe Größe 44. Aber ich muss Sie warnen. Früher war ich mein richtiger Killer auf den Rollen. Ich habe auch die Puppen tanzen lassen. Ich versuche nur, einen Spagat zu machen. Ich habe Sie ganz ruhig. Halten Sie sich an meinem Brusten fest. Gary, ich habe deinen Ich-bin-von-Idioten-Umgebenschalt gefunden. Komisch, du warst gar nicht in der Nähe. Oh, verdammt. Mein Zeh. Oh, was sagt man dazu? Was ist mit, und ich zitiere, solche Ausdrücke benutzen im Grunde nur Seeleute, Verbrecher und diese Schlampe aus Sex in the City. Hör zu, in einigen ganz seltenen Fällen und unter ganz besonderen Umständen, die üblicherweise heftige und plötzliche Schmerzen mit sich bringen, da darf man dieses Wort benutzen. Und ich habe es gerade zum allerersten Mal benutzt. Und was war, als du dir im Bürgerladen auf die Zunge gebissen hast? Na gut, zweimal. Und damals, als der Polizist dich einleiten hat? Ja, ist ja gut, Tom. Du kannst dich also an jedes Mal erinnern, wenn ich geflucht habe, aber du vergisst den Verlauf vom Browser zu löschen, bevor ich ins Internet gehe. Und nebenbei bemerkt, wenn sie schon Kaiserschnittnarben haben, dann verstehe ich wirklich nicht, wie man darauf kommt, sie mit gerade erst 18 zu beschreiten. Aber ist schon gut, Tom. Du kriegst keinen Hausarrest, obwohl du ihn verdient hättest, weil es eklig ist. Klar? Also gut, wo ist Luis? Ich wollte dir ihren Rucksack bringen. Oh, ich glaube, das wollte sie bei der Rollstuhlbahn abholen. Sie hat angerufen, geheult. Alle haben sich über sie lustig gemacht. Da war doch irgendetwas anderes, was ich dir unbedingt sagen sollte. Oh, richtig. Ich soll es dir nicht sagen. Tja, danke, Tom. Ich gehe jetzt schnell zu meinem Wagen, bevor ich das Wort wieder sage. Hey, habe ich immer noch Hausarrest? Ja, ja. Aha. Dafür bekommst du einen weiteren Tag. Was? Ja. Okay, kommen Sie, Sie schaffen das nur noch ein kleines Stück. Sehr toll. Ja. Sie möchten wirklich immer besser. Oh, das waren jetzt schon gute zehn Zentimeter besser als beim letzten Mal. Sie sind echt eine Wucht. Toll, dass Sie hier sind. Und ich wette, Sie hatten nicht damit gerechnet, dass ich Sie auf einen Drink einlade, der Ihre Zunge blau färbt. Hey, ich werde einfach sagen, ich hatte eine wilde Nacht mit Papa Schlumpf. Das war echt ein toller Tag. Oh ja, ich finde es auch ganz toll. Und schon ist Schluss mit Lust. Ich schiebe sie mich weg. Was ist los? Gary? Jetzt habe ich keinen Spaß mehr. Gary, was ist hier los? Nein, Alison, was? Was ist hier los? Sie bereiten alles für den Limbo-Wettbewerb vor und dann kommt die Pärchenrunde. Okay, weißt du was? Das ist nicht witzig. Hey, Süße wie Rotshow. Mein Gott. Aber das ist wirklich witzig. Hör zu, Gary. Ganz im Ernst. Wo ist Louise? Und ich meinte, Tom sagte, sie hätte geweint. Und was hat sie überhaupt hier zu suchen? Sie wusste, dass du dagegen wärst und völlig überreagieren würdest. Aber, Gary, wir haben uns bei der Scheidung darüber verständigt, uns immer alles zu erzählen, was die Kinder betrifft. Es tut mir leid, Sascha. Könnten Sie uns eine Sekunde allein lassen? Es ist was Privates. Oh, okay. Ich werde dann mal... Dann werde ich mich mal Curtis Polonaise anschließen. Okay. Ja. Nein, sie darf nicht gehen. Oh, Himmelswind. Gary, stell dich nicht so an. Alles bestens, alles bestens. Was ist nicht los? Alles bestens. Also, Gary, Gruppenzwang ist in ihrem Alter eine große Sache. Verstehst du? Und irgendwann werde ich mit ihr darüber reden müssen. Okay, aber nicht heute. Ja, sie hat echt eine Menge Spaß. Sie ist zwölf Jahre alt. Verstehst du? Eine Woche spielt sie das beliebte Mädchen, in der nächsten die kleine Rebellin. Und übrigens, sie wird niemals nach Cancun fahren, klar? In Ordnung. Ich mache mir einfach Sorgen. Ich will nicht, dass sie verletzt wird. Ich mache mir auch Sorgen. Aber glaub mir, du kannst da nicht hingehen und ihr den Spaß verderben. Nicht heute, bitte. Nur dieses eine Mal, Alison. Lass mich und Louise unser Geheimnis haben, ja? Also gut. Aber dieses Gespräch ist noch nicht beendet, klar? Voll, denn ich war noch nicht fertig damit, so zu tun, als würde ich zuhören. Na dann, viel Spaß. Okay. Oh ja, Polonaise. Los, hinterher. Hey, hey, hey. Wo rollen wir hin? Tut mir leid, dass der Abend so ausgedangen ist. Ich hatte mich so darauf gefreut, sie mal außerhalb der Arbeit zu treffen. Ja. Aber ich hatte etwas Zeit zum Nachdenken, als ich da drüben in der Ecke saß, in die Alison mich geschickt hat. Und, na ja, mir ist klar geworden, dass ihr Leben aus viel mehr besteht, als nur coole Outfits für ihre Tochter zu kaufen. Verstehen Sie mich nicht falsch, es war wirklich toll heute. Also mit Ihnen und Louise Zeit zu verbringen, hat echt Spaß gemacht. Aber, dann haben Sie und Alison angefangen zu streiten. Und da steckt noch so viel mehr dahinter. Also war unser Drink, ich meine unser Date, unser Fernando. War unser Fernando eine Pleite? Naja, die Nacht ist noch jung. Und, äh, jetzt läuft die Pärchenrunde. Okay, ich bin dabei, wenn Sie dabei sind, im Ernst. Ja, wir probieren jetzt mal was aus. Aber ganz vorsichtig. Achtung, okay. Okay, nach vorne. Alles klar, ich will ganz ehrlich sein, es fühlt sich immer noch komisch an. Sie müssen sich noch dran gewöhnen, aber das wird schon wie er. Es fühlt sich an, als würde der Boden sich bewegen. Okay, langsam. Na also, geht doch. Ah. Und? Perfekt. Hey Gary. Oh, klasse, ich hab dich noch mitten in der Bastelstunde erwischt. Ich hatte schon Angst, ich würde dich beim Essen oder beim Mittagsschläfchen stören. Ich bastel den Lärmschutz für meine Ohren, die Stadtwerke reißen die ganze Straße auf und es gibt tatsächlich noch was Nervigeres als deine Stimme. Oh, das war wirklich witzig, Gary, aber du weißt doch, ich bin die... Weshalb ich in dir auch in 90% der Fälle nur vorgespielt hab. Ich hab gar nicht gewusst, dass hier gebaut werden soll. Wie soll ich denn bei dem Lärm meine Hausaufgaben machen? Deshalb hab ich meine erst gar nicht mitgebracht. Tja, sie gehören dir, Gary. Oh, und dein Sohn Tom hat Hausarrest. Meine Güte, nur wegen der Feuerwerkskörper. Nein, nein, äh... Liebe, was? Was? Was denn? Er hat ein Schimpfwort benutzt. Tommy, was hab ich dir übers Fluchen gesagt? Ich weiß. Schau erst, ob Eltern, Lehrer, Priester oder Copstar sind. Merk's dir. Und halt dich dran. Du musst es leben, Tommy. Äh, Moment, was hat er denn gesagt? Dasselbe, was ich an unserem ersten Date gesagt habe, als mein Hosenstall offen stand? Nein, Gary, es war dasselbe Wort, das mein Vater vor sich hin gemurmelt hat, als du sagtest, ja, ich will. Ich sorg dafür, dass er hier bleibt, okay. Danke. Oh, oh, Gary, du wirst stolz sein zu hören, dass Luis dieses Wochenende zu Jenny Stevens Rollschuhparty eingeladen wurde. Ja, Luis, endlich, ja! Ah, jetzt gehörst du zu den beliebten Mädchen. Das ist toll. Gary, warte, du hast mich nicht ausreden lassen. Luis hat die Einladung ausgeschlagen. Sie, sie hat's nicht nötig, sich bei diesen Mädchen anzubiedern. Ich hab eine unabhängige junge Dame großgezogen, die eigene Entscheidung trifft. Dann bis später, Liebling. Ja. Du meintest bestimmt, wir haben erzogen. Unsere Tochter ist unabhängig, richtig? Ja, du hast recht. Ich meine, schließlich warst du es, der vergessen hat, Luis in der Bücherei abzuholen, als sie gerade acht war. So hat sie gelernt, sich allein im Straßenverkehr zurechtzufinden. Bis bald, Mann. Mach's gut. Ich werd auf diese Party gehen. Du hast doch gesagt, du willst nicht hingehen. Nein, Mom hat gesagt, ich will nicht. Bei dir macht sie das auch? Ich will hingehen, aber kannst ihr nicht sagen. Sie ist so stolz, dass ich mich nicht willfährig dem Druck der Bezugsgruppe beuge. Aber dies eine Mal will ich willfährig sein. Können wir's ihr nicht verschweigen? Keine Ahnung, was willfährig heißt, also geht das sicher in Ordnung. Aber was das Verschweigen angeht, deine Mutter und ich haben bei der Scheidung vereinbart, dass wir uns immer alles erzählen. Tut mir leid, Luis. Oh, bitte, Daddy. Das ist meine Chance, endlich mal dazu zu gehören. Mom versteht das einfach nicht. Darf denn eine Tochter kein Geheimnis mit ihrem Dad haben? Du weißt, ich kann nicht Nein sagen, wenn du mich so ansiehst. Deshalb hab ich dir damals auch den Hamster gekauft. Dir das schwöre ich bei allem, was mir lieb ist. Von ganz allein in den Staubsauger gelaufen.